Hat meiner einen Kaffee von euch? Man, bin ich müde. Ich kann Schärfchen zählen. So viele Videos in letzter Zeit gedreht, das ist echt heftig. Herzlich willkommen zum neuen kleinen Video. Wenn ihr das Video seht am Upload-Tag, sind wir gerade in Idar-Oberstein unterwegs für euch. Meine Aufnahmen, Marcel ist dabei. Guckt auf jeden Fall dann auch bei dem Rennen. Ich hoffe, ihr macht auch ein geiles Video. Ein bisschen rausgegangen, die ganze Tage im Computer gesessen. Videoschnitten, acht, sechzehn Stunden. Ja, 16 Stunden hauen fast hin mit dem Blogbeitrag und allem drum und dran. Das ist echt schon heftig. Jetzt bräuchte ich einen Kaffee. Ihr habt gerne einen Kaffee von euch. Ja, 15 Stunden. Das war's für heute. Ich habe jetzt übrigens das Ansteck-Mikrofon mal dran. Mal gucken, wie da der Ton ist. Der Wind ist natürlich im Moment nicht, weil da ist der Puschel immer noch nicht da. Man sollte sich mal Motor-Flocking gemacht. Aber guckt da bei Alltags-Flock rein, beim Kanal. Der macht immer schöne Motorradstouren, wenn er Motor-Verrückzeit-Motor-Verrückzeit-Geil. Ja, jetzt sitze ich hier bis an der Mosel sozusagen. Fast an der Mosel. Genießt ein bisschen das Wetter. Ich werde nur ein kurzes Video, aber nochmal vielen Dank für's Schreiben in die Kommentare. Freut mich immer wieder sehr. Gleich stelle ich noch einige Namen vor. So Leute, das war das mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich will aber noch ein paar Namen vorlesen. Und zwar hat mir unter dem Video geschrieben, YouTube-Ziele erreichen. Ich hoffe, das passt jetzt so mit dem Bild hier alles. Ja, brauche ich dir jetzt. Also wenn das Video, siehst du mir gerade wieder Oberstein. Das mal nebenbei. Ja, da hatten wir geschrieben, YouTube-Ziele erreichen. Michael Schulz, Till und sein Vlog. Franks Vlogs, ich lese es mal so vor. Regman, Nice123. Der Möti, Willi0815. Brigitte und Ernst, Kluka11. Der Fußball-Experte, Alltagsvlogs, Fanati3 und Malexius. Vielen Dank für die Kommentare, die waren sehr motivierend. Vielleicht spring ich zum Video rein oder das nächste Video, das muss ich mal gucken. Das hier Video soll ja nicht so lang werden. Ich habe gerade übrigens noch einen Kumpel getroffen, Gudi, ja, das ist echt geil. Schöne Grüße an dich, das hat Spaß gemacht. War zwar nur kurz an der Imbissbude, aber gut, dass ich spreche für, das hat Spaß gemacht. Ja, das war es jetzt mit dem Video. Schöne Grüße von der Mosel, ich hoffe, die Eindrücke an euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für das Abonnieren. Wir gehen auf unsere Ziele zu, das macht richtig viel Spaß und weiter so. Bis bald im nächsten Video. Ciao.